Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex. Wie immer hier, willkommen zu einem kleinen Klassenguide für Call of Duty Black Ops 3, denn nachdem die Vespa ziemlich stark verschlechtert wurde durch die ganzen Patches, die jetzt vor kurzem rauskamen, musste ich mir eine neue Waffe suchen, die mir wirklich stark gefällt. Denn wie schon gesagt, meine eigentliche Lieblingswaffe, die Vespa, ist mittlerweile so schwach und so schlecht geworden, da musste ich jetzt einfach so langsam mal die Waffe wechseln. Und nachdem ich dann viel durchgetestet habe, hat mir die Kuda am meisten gefallen und dafür werde ich euch jetzt mal eine Klasse zeigen, die richtig overpowered ist. Es sei jetzt so gesagt, das sind natürlich alles nur Vorschläge von mir, falls ihr mit irgendwelchen Aufsätzen oder mit irgendwelchen Extras nicht klarkommt, könnt ihr das natürlich gerne wechseln. Aber wirklich, mit dieser Klasse komme ich perfekt klar, hat so gut wie keinen Rückstoß, hat eine hohe Feuerrate, eine richtige aggressive Run-and-Gun-Klasse, perfekt zum Flankieren, das, was ich immer am liebsten mache. Aber auf jeden Fall Leute, ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Klasse, wir haben da natürlich die Kuda. Diese spiele ich ohne Visier, da das Ironside einfach perfekt ist, das ist genauso wie die MP5 aus den vorherigen COD-Teilen. Dann als ersten Aufsatz habe ich Schnellfeuer mitgenommen, denn die Standardfeuerrate der Kuda ist jetzt nicht die beste, hat auf jeden Fall deutlich Luft nach oben und daher schnappen wir uns Schnellfeuer. Damit wird die Zeit zum Töten deutlich verringert, da wie schon gesagt, wir jetzt eine höhere Feuerrate haben. Als zweiten Aufsatz habe ich den Griff mitgenommen. Durch den Griff müssen wir auf kurze bzw. mittlere Distanz eigentlich den Rückstoß so gut wie gar nicht ausgleichen, da er einfach kaum vorhanden ist. Und wenn es dann mal der Fall sein sollte, dass ihr einen Gegner über weite Distanzen weghauen möchtet, dann müsst ihr echt diesen Rückstoß nur minimal ausgleichen. Ihr könnt wirklich im Dauerfeuer auf den Gegner schießen und es fällt euch einfach sehr, sehr einfach, den Gegner selbst über weite Distanzen zu treffen. Zumindest war es bei mir der Fall. Falls ihr mit dem standardmäßigen Rückstoß perfekt zurechtkommt, dann könnt ihr euch natürlich auch erweiterte Magazine oder sonst was mitnehmen. Und als dritten Aufsatz bei dieser Waffe habe ich dann das schnelle Magazin mitgenommen. Durch das verringert sich die Nachleidezeit wirklich extrem. Und dieser Aufsatz ist fast schon ein Pflichtaufsatz bei meinen Maschinenpistolenklassen und den kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Eine Sekundärwaffe habe ich mir nicht mitgenommen, da ich mit der Kuda einfach perfekt klarkomme. Ebenso habe ich keine Premier- und keine Taktikgranate dabei. Als Extra 1 habe ich Geist dabei, damit ich einfach perfekt die Gegner flankieren kann. Denn mit Geist werde ich nicht auf der Drohne angezeigt, sofern ich mich bewege und nicht schieße. Und wie schon gesagt, ich flankiere die Gegner einfach sehr, sehr gerne und so sehen sie mich nicht auf der Minimap, wenn sie eine Drohne haben. Als Extra Nummer 2 habe ich mein Standard Extra Nummer 2 dabei und zwar Plünderer. Dadurch bekomme ich immer wieder neue Munition, da ich des Öfteren auf höhere Streaks gehe, brauche ich immer wieder neue Munition für meine Waffe. Da ich persönlich nicht die Waffen der Gegner aufheben möchte und mit denen dann weiterkämpfen möchte, habe ich mir einfach gedacht, packe ich mir jetzt Plünderer ein. Somit bekomme ich mal wieder Munition für meine aktuelle Lieblingswaffe und zwar die Kuda, die ich euch eben gezeigt habe. Verzichte somit zwar auf aufgespült, was auch sehr, sehr wichtig sein kann und auf flinke Hände. Aber ich bin der Meinung, dass Plünderer einfach die beste Option ist für meine Art und Weise, wie ich spiele. Dann als Extra Nummer 3, zumindest als erste Extra Nummer 3, habe ich Totenstille dabei, damit mich die Gegner nicht hören können. So wenn ich zumindest nicht die Schubdrüsen einsetze. Aber wenn ich ganz normal laufe, können mich die Gegner nicht hören. Und als zweites Extra Nummer 3 habe ich Wachsamkeit dabei, wobei ich dieses zweite Extra Nummer 3 des Öfteren mal wechsle. Wachsamkeit nutze ich in letzter Zeit des Öfteren. Man kann die Gegner somit auch ziemlich einfach hören, wenn die sich bewegen. Sollte die ohne Headset spielen oder sollten die Gegner sehr, sehr auf Blendgranaten und sonst was werfen. So was passiert eben auch des Öfteren, darum habe ich auch zwei von diesen Klassen hier. Auf jeden Fall, sofern die Gegner oftmals Taktikgranaten werfen, kann ich euch einfach die Taktikmaske empfehlen. Mal nutze ich Wachsamkeit, mal nutze ich Taktikmaske. Kommt immer auf die Lobby drauf an, immer auf die Leute in der Lobby. Und auf jeden Fall Leute, ist das hier meine aktuelle Lieblingsklasse. Zum Thema Spezialisten und Killstreaks, da habe ich leider keine Empfehlung für euch, denn jeder kommt mit anderen Sachen klar. Ich selbst teste auch gerade ziemlich viel rum, was für Spezialisten mir am meisten gefallen. Und zum Thema Killstreaks ebenfalls das Gleiche. Nehmt einfach das mit, was ihr möchtet. Das war es jetzt auf jeden Fall von dem Klassenguide zu der Kuda. Ihr könnt das Ganze gerne mal austesten und mir in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Klasse findet. Und falls ihr in Zukunft weitere Klassenguides sehen möchtet, dann schreibt das ebenfalls mal in die Kommentare rein. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Zocken und dann sehen wir uns hier demnächst wieder.